Alle E-Books im Katalog-Tab von JustFind sind frei zugänglich. Einmal heruntergeladen, habt ihr eure E-Books immer und überall mit dabei. Sie lassen sich oft bequem als PDF in euer Literaturverwaltungsprogramm einfügen. Einige E-Books bieten zusätzliche Features an, wie z.B. Direktlinks zu weiterführenden Internetquellen. Startet für die Suche nach E-Books auf unserer Webseite. Nutzt die Suchfilter in JustFind, um euch ausschließlich E-Books anzeigen zu lassen. Wenn ihr an der JLU studiert oder arbeitet und auf unsere E-Books von zu Hause aus zugreifen wollt, nutzt unseren Einstieg via EasyProxy oder den Login in JustFind. Weitere E-Book-Quellen außer JustFind sind vor allem die Volltext-Datenbanken, die ihr über Debis findet. Details hierzu erhaltet ihr in der Serie über wissenschaftliche Datenbanken auf unserem YouTube-Kanal. Schaut dort gerne einmal vorbei. Nicht jedes E-Book ist uneingeschränkt verfügbar. Je nach Verlag gibt es unterschiedliche Lese-, Download- oder Druckmodalitäten. Nähere Hinweise dazu findet ihr auf unseren Webseiten. 10. 10. 10.